Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zum Battlemages. Sign of Darkness. Ja, ich habe jetzt mal den ersten Spielstand geladen und da sind die Marker und er ist noch da. Mal gucken, der zweite Spielstand. Da ist er ist weg, okay. Also können wir eine Option, ne halt, speichern. Den da löschen. Und den laden. Gut. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal die Nahrung ins Trockene. Oh, und du bitte wieder Kiff, away your orders. Ernsthaft, die Skelette da weg machen, bitte. Ah, Goldstücke. Na kommt, wir heben jetzt die Sumpfkuft auf. Aus. Ihr habt nichts Neues für uns. Ihr auch nicht. Ihr seid Feinde. Oh, da hinten sind auch wieder Lichttürme und alles mögliche. Oh, Olschrutz bittet um Hilfe. Da ist sogar etwas, was interessant aussieht. So, das hier ist... Ja, Doom... Oga-Hütte vernichten. Hm. Okay. Okay. Ja, die Grabstätte und die Sumpfkuft lassen wir mal im Leben. Aber den Friedhof können wir glatt machen. Der nervt mich, aber... At last. Are we going to fight or what? So, ein paar Skelette und Zombies umboxen. Here they are. Ja, das bringt ein bisschen Gold. Und ihr braucht zum Wachsen Hilfe. Steine. Haben wir Steine? Nein. Weil ich will die Stadt auf jeden Fall aus. Vier haben. Noch ein Akolyt. Oder nee, doch ein Akolyt. Die kommen wahrscheinlich von dort drüben her. Hm. 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 So, und haben Gold dabei. Joho! So, dann packen wir mal Nahrung, die wir brauchen. Jetzt haben wir... And me. Are we going to raid this village? So, jetzt haben wir drei... Äh, das sind... 750. What are we going to do? 750. Plus 150... Sind... 900. So, das heißt, jetzt haben wir 1.000 Nahrung in der Karawane. Steine. Stow the food in the barn. More soldiers will arrive soon, and we'll have to feed them well before the battle. I need a tower for meditation. Do you have enough wood and stone to build it? We will give you the resources, Berilus. But who is going to build the tower? Baut einen Turm. Wir sorgen Gold für den Bau des Turms. Ja, das lassen wir erst einmal. Wie gesagt, ich will erst einmal rüber zu den Elfen und da die ganzen Quests machen, bevor ich in der Main-Story weiter voranschreite. Hm. Weil hier bei den Elfen haben sich ja ziemlich viele Aufträge gesammelt mittlerweile. Also Warrock-Lager, Ogre, noch mehr Warrocks. Schriftrolle. Und so weiter. Und vielleicht kriegen wir auch die Steine, die wir brauchen. Sumpfkruft vernichten. Warrock-Lager. Also gehen wir erst einmal hier oben hin. Oh, es speichert. Eine Phantomhöhle? Stimmt, eine Phantomhöhle gab es hier auch noch. At last. Aber ja, erst einmal das Warrock-Lager und die Sumpfkruft. At last. Dann können wir alles hier drüben machen. We'll share the Trophys. Are we going to fight or what? At last. 46 Holz. At last. At last. At last. Oh, die Toten schicken auch eine kleine Armee. So, das war das Erste. Not die Sumpfkruft. Oh, die Sumpfkruft. Oh, die Sumpfkruft. Oh, die Sumpfkruft. Oh, die Sumpfkruft. At last. At last. At last. We are under attack. You think that's bad? Nicht den Elfen hauen. Böse und Tote. Noch mehr Holz. Eine Wissensschriftrolle. Also, ja, erstmal die Nahrung zu denen. So, die Nahrung ist bei denen. Das Holz kann zu denen. Die Wissensschriftrolle kann zu dir. You think that's bad? At last. At last. Eine Sumpfkruft. Und ein... Eine Grabstätte. At last. And? Now what? Tear them to pieces. Us. Kill them all. Are we going to raid this village? Okay, die Sumpfkruft spuckt viele Zombies aus. Äh, okay. So. Noch eine Wissensschriftrolle. Holz für euch. Wissensschriftrolle für dich. So. Hier oben geht's nicht weiter. Are we going to fight or what? Oh, hier hinten ist noch ein Brigantenlager. Hm. Also gut, als nächstes zur Elfenstadt. Die haben nichts Neues für uns. Oh, Phantomhöhle. Also ja, wie gesagt, erstmal die Sachen hier. Und hier ist auch noch... Achso, hier sind Energieknoten. Okay. Also ja, die Ogre da unten. Hier sind die Boroks, oder? Ne, Bärenlager. Ne, das Bärenlager ist da oben. Okay. Auf welcher Stufe ist eigentlich der ihre Elfenstadt? Drei. Äh, zwei und drei kann sie maximal werden. Wir könnten hier Steine kaufen für... ...unsere andere Stadt. Also für unsere Stadt. Not me. At last. We'll share the trophies.